ja hallo willkommen zurück heute mal der prototyp meiner neuen kugelarmbrust und zwar der edder die edder als kugelarmbrust in kaliber 68 mit stahlkugeln 22 gramm schwer und 200 pfund zug gewinnt und zwar sieht das so aus dass man dafür praktisch ein extra arm braucht und zwar kommt er dann so obendrauf dass man praktisch zwei arme hat zwei wurfarme der untere soll 110 pfund haben der obere 90 damit sie immer ein bisschen runter zieht und dann soll hier oben ein kugelmagazin mit wohl circa 13 schuss entstehen das ding habe ich jetzt soweit gebaut seit drei tagen zusammengeschweißt und wir haben den dritten ersten ja und wenn das mal fertig wird dann wird das wie gesagt so aussehen dass einer oben einer unten ist und da kommt kein schlitten dran der vorne an der sehne festgeschnallt werden muss oder ein payoff hat weil er zu viel gewicht hat gar nichts die hat volle power da kommt nur ein magnet dazwischen der die kugel hält und der hat hier eine führung für die kugel allerdings führt er nicht die kugel sondern die kugel wird ganz genau geführt durch den magneten den einfach immer wieder im gleichen punkt hält zwischen den beiden sehnen eine sehne geht nach oben eine geht nach unten und somit hat er immer eine gleichmäßige beschleunigung diese führung ist nur dafür da dass er nicht ganz raus fällt falls irgendwie zu viel power kriegt oder sowas das auf jeden fall im schlimmsten fall immer noch nur raus vorne raus gehen kann ja so sieht das ganze erstmal aus prototyp mäßig und ich warte jetzt auf eine zweite r9 ganz billig 110 euro und dann baue ich das da raus weil ich meine 200 pfd da hier dafür nicht auffallen will ich will das mit einer neuen machen ja und wenn es dann fertig ist dann hoffe ich kann ich damit vielleicht auch in serie gehen denn dann kannst du das ding wunderbar abfeuern und zwar sehr akkurat sehr zielgenau mit enormer power und keine verluste weil so ein schlitten of course ja wie der jörg immer gebaut hat der zieht natürlich er wiegt auch aber mit einer sehne kann man das vergessen man braucht zwei sehen wie das ganze stabilisieren und auch sehr zielgenau machen ja da bin ich jetzt dran und wenn das mal fertig ist zeige ich euch alles ich denke mal ende der woche ist soweit wenn das ding dann kommt bis dahin wünsche euch viel spaß ich merke mich dann